Musik Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Channel Ja Leute, wenn euch diese Folge gefällt, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Und wenn ihr mich unterstützen wollt, geht in den Fortnite-Item-Shop und unten rechts auf Unterstütze ein Creator Da müsst ihr eigentlich nur Fix eingeben, FIXX, ihr unterstützt mich mit jedem Kauf und ich sag Dankeschön und viel Spaß mit dem Video Let's go! Ach komm! Ach komm! Ach komm Bro! Streng dich doch an, FIXX! Ach komm! Streng dich doch an, Alter! Konzentrier dich doch! Oh mein Gott, bin ich scheiße! Oh mein Gott, bin ich scheiße! Danke! Okay Ich check da auch nichts Alter, mein Aim ist gerade unterirdisch Mein Aim ist gerade richtig unterirdisch Okay, wo geh ich hin? Um könnte ich Gegner sehen Da ist auf jeden Fall einer Ich frage, ob sich das lohnt für einen Kill dahin, ne? Ach komm! Und dann noch ein Zweiter Ach komm! Nein! Ach! Nein! Nein! So eine Verschwendung So eine Zeitverschwendung So eine Zeitverschwendung Das war jetzt safe, keine Dirty Bomb Oh, ich treffe auch nichts Ich bin so enttäuscht Ich bin so enttäuscht von mir selbst F**k, Alter! Drei Gegner, ich treffe nichts, ey! Ey, gegen so einen Luftballon-Mut, ne? Ich will nicht gegen so einen Luftballon-Mut verlieren Die hauen ab, oder was? Alter! Nein, ey, Junge! Jetzt werde ich wütend hier, ey, ohne Scheiß Missgeburt, ey! Ich muss nur kurz hier Ehre nehmen Wo hast du ihn geschlossen, Bro? Ah, da vorne Nein! Na, Lebkuchen, Boi? Komm! Komm mit mir aufm Berg, komm! Beifuß. Ja, ganz ein feiner. Ja, ja, ja. Komm. Komm her. Kleine Schisser, Alter. Oh mein Gott. Nicht sein verkackter Ernst, Alter. Er will nicht ernsthaft. Oh mein Gott, nein! So wird es niemals was mit der 30er-Bombe, Alter. Mit solchen Opfern, die nur abhauen. Ich hoffe einfach nur, dass die nicht sterben, die Leute. Ja, kommt zu mir. Komm zu mir, Bro. Oh mein Gott. Wo ist er? Nicht sein Scheißernst. Drecks, Luftballon, Spassi, ey. Boah, wie viele sterben denn, Alter? Habt ihr es gesehen, Chat? Jetzt leben nur noch sieben. Wahrscheinlich, Bro. Man kann sich auf die alle nicht verlassen, Alter. Könnt ihr bitte aufhören zu sterben und euch nur von mir töten lassen, bitte? Fände ich sehr akzeptabel auf jeden Fall. Feierlich. Da bist du, Bro. Coole Taktik verfolgst du auf jeden Fall. Machst du deine Mission? Au. Aua. Aua, 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 Aua. Hallo, Freunde. Komm mal raus, spielen. Jo, 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 jo. Ah, was geht, Bros? Ihr wollt mir jetzt nicht meine 20-Bomben versauen, oder? Fände ich gut. Oh. Wo? I'm strong. Boah. Oh mein Gott. Wirklich? Oh mein Gott. Chat. Wirklich? Ist ihr ernst, oder? Schaut sie euch an, Leute. Profis. Schaut doch die Pro-Gamer an. Turtle-Paradies, Alter. Boah. Boah. Habt ihr jetzt gesehen, wie schnell ein Turtle gebaut hat? Oh mein Gott. Alter. Winterskirmisch-Finale. Es geht um 50.000 Euro. Ach, was sage ich? 50.000 Euro. Um 500.000 Euro, Leute. Oh mein Gott. Und wir müssen uns, wir müssen uns safe bauen. Oh mein Gott. Oh. Und lass Rift nutzen. Schnell. Oh mein Gott. Bleib bisschen in der Luft, Bro. Bleib bisschen in der Luft. Er kann uns nicht treffen in der Luft, Bro. Er kann uns nicht treffen. Ich schwör's dir. Oh mein Gott. Wir brauchen den Wind, Bro. Wir brauchen den Wind. Flieg nicht in die Zone, Digger. Flieg nicht in die Zone. Wenn wir am Boden sind, wir müssen wieder turtlen, okay? Okay, Friends. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lade fast auf der Seilbahn, Bro. Oh mein Gott. Be careful. Be careful in full of energy, my friend. Wir müssen turtlen, Alter. 100.000 Euro auf der Line, Alter. Oh mein Gott. Ah. Nein. Oh. Oh. Ihr seid tot, ihr Noobs. Ihr seid tot, Alter. Dislike. Oh. Auf deinen Nacken, Mann. 22 Bomb. Ihr Opperkinder. Geht euch vergraben. Bitte. Bitte geht euch vergraben. Farben einfach, ey. Oh. Wie kommt man auf die Idee? Im Sniper-Only-Mode. Wie kommt man auf die Idee, zu turtlen? Frage ich mich. Haben die nichts Besseres zu tun in ihrem Leben? Und dann sind die auch noch so scheiße. Und dann f*** ich sie einfach aus der Luft. Verstehe ich mich. An alle Leute, die die Runde auf YouTube sehen, an alle Leute, die die Runde auf YouTube sehen, eventuell, lasst doch mal einen Daumen nach oben da und sofort, nämlich als Creator im Fortnite-Item-Shop mit dem Creator-Code fix auf Ehrenbruder-Basis, weil das läuft alle 14 Tage aus. Schaut mal nach, ob das noch drinsteht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.